ja dann er hat es noch nicht gesehen der angriff ist erleichtert um acht finde ich wirklich für 500 bitte aber also damit kannst du auch noch irgendwelche ansagen reintun ja keine ahnung stürmergriff ich würfel erst mal und dann einfach ja also nur für dich mein silenzium hat er insgesamt elf schritt radios ja ich denke ich denke wir werden uns so alle innerhalb von fünf metern umbote drum herum halten wir wissen ja nicht wie weit der radios ist aber ich denke das ist etwas was man gerade noch so im laufschritt hinkriegt ja irgendwann löst du dich bist du dann wieder unter dir den knirschenden sand wahrnimmst du siehst gerade noch wie sich das gesicht vom oberst dir entgegen wendet und kurz bevor er selber seinen dolch dir entgegen streckt kannst du ihn dann auch zu golgari oder in die niederhöhen senden fällt blutend zu boden neben ihm die angenagelte ehefrau ehemalige ehefrau von ihm wie er so sehr verraten hat und er ist tot ja dann ist bei dem angriff das schwert entglitten gereist ist dann zieht an wenig daran bis aus dem obersten raus hat gut vergossen not gegeben aber das wird es auch wenn es bei weitem nicht genug ist ja ich würde mal an der wo auch immer die gewalt dran genagelt ist dahin gehen und die nägel da mit der hand raus ziehen dass ich sie wieder abnehmen kann und mit einem schmatzen kannst du sie von dem schreien herunternehmen was die nicht gut gekannt ist sowieso noch nicht lange hier aber dass jemand seine ehefrau umgebracht hat und seran zu dienen schon richtig widerlich würde sie mal hinlegen naja scheiße auf ihm würde seine roten mantel abnehmen und den über der frau hier da legen ich würde derweil mal lauschen ob ich etwas höre ich würde auch nach der einen seiten absichern ob unschen büschen und schleute rauskommen in nicht allzu weiter ferne ihr könnt natürlich das präckern wahrnehmen das knacken des holzes und auch das einstürzen von irgendwelchen balken vor euch aber ihr seid nicht alleine irgendjemand geht dort umher und für einen kurzen moment hatte die inne lauscht natürlich weiter noch das knirschen metallisches klirren von der kettenrüstung von jahren als er sich wieder aufrichtet aber da ist noch eine andere ein anderes klirren und dann könnt ihr jemanden erkennen drei personen fahle blasse jugendliche ausdruckslose gesichter die dort umhergehen und irgendetwas im sand tun sie haben auch noch nicht gesehen was ist los ich habe an dem irgendwie die hände für attack fehlen ein jahres schwert hält sehr ganz verfluchte dämonen kinder ein tempel los schnell und leise ist der tempel nicht entweit und besser als hier draußen zu stehen er hat man ist der krug im tempel ja sie machen die gräben kaputt die quelle dass das wasser kommt wir bleiben im schatten erinnert ihr euch an die prophezeiung spendet mit dem heiligen wasser neuen segen hieß es hindurch durchzörende feinde dass das haben wir gerade gemacht dann brauchen wir den krug wir können mit dem wasser den park neu einsegnen das ist es kann ja das ohne tempel schlag lassen ohne dabei ein stück gerissen zu werden ich weiß nicht wie viele sind denn das 3d 3 aber wo sie sind vermutlich noch mehr dann schleichen blick etwas fragen zu rafim und bestellig auf dem bio gerade betrachtet so viel du willst wie man anfängt seinen platten rüstungsteil abzunehmen na dachte ich mir nun gut es ist nicht mehr in die büsche hier rein wartet damit dreht er sich neben dem großen sandweg in die wälder in die büsche rein und sich das mag dass dann rafim erst mal seite getarnt und zweites mal könnte dann euch dort in ruhe umziehen ausziehen gut dass ihr euch auskennt einen seiten eingang ja wir können der seite vorbei aber wir müssen so oder so ins atrium ich weiß nicht in der mitte ist die quelle da gibt es so eine kleine brücke aber wir müssen ja sowieso nur den krug eintauchen dann führt uns voran wäre einer mit euch seid ihr soweit naja ok schleichenprobe ich würde gerne einen silenzium auf mich selbst wirken also du denkst daran dass du davon taub wirst ja 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 das ist mir aber ich würde euch was nur sagen euch traue ich euch traue ich das schleichen ohne probleme zu aber ich habe also ich bin halt die anteilsgruppe und können wir uns viel sagen können wir uns gegenseitig ausgleichen oder müssen wir das vorher an sagen wir haben es aber alle geschafft ja jeder einzelne hat seine probe geschafft also hier geht auch übersandt das ist das ist ein kleines problem sondern nur schwer das von 1 die ich euch gebe dann hat es trotzdem geschafft ist das so bin ich noch mal wenn ich habe ich auf 0 0 0 1 da hast du recht sport ist hat nach dem chip den ausgeben genau der ich würde jetzt trotzdem erstmal mein silenzium also vorher hoch zu heben mitzutragen ich habe keine hände frei dafür steht das ist die variante denen ich auch nicht selbst wirke die geht gegen meine mr ich bin natürlich freiwilliges ziel das heißt nur gegen eine halbe mr also nur um die sechs erschwert also gegen sechs dann werde ich knapp spielen fix will es so könnt ihr euch durch den sand nach vorne schieben und in eine der eingänge noch ins innere treten auch wenn der tempel mittlerweile als ruine da liegt immer noch brennt einige balken die euch im wege liegen aber gemeinsam mit der hilfe von leert man könnte euch dann in das atrium vorschieben und könnt dort erkennen wie seran dort steht in der mitte des atriums und die quelle begutachtet hat sich von abgekniet abgerockt klinge dreimal verfluchte mistkräuter sieht man den krug dort unten der krug steht in der mitte hinter seran irgendwo er hatte wohl gar nicht beachtet auch wenn er eigentlich wissen müsste dass er aus dem inneren seines goldenen hauses gestohlen worden ist hat er wohl so sehr viele reichtümer dass er sich nicht interessiert und er wird sich auf die auf die quelle selber konzentrieren und während ihr gerade überlegt ob ihr noch irgendetwas tun sollte ob ihr ihnen band strahlt ob ihr irgendwelche irgendwelche anderen zauber hervorruft könnt ihr sehen wie gerade zehn weitere legionäre sich aus dem tempel nach vorne schieben die haut wurde so ein bisschen schon verbrannt teilweise blasen geschlagen dass die haut die haut so ein bisschen abschält und sie dort wohl wieder irgendetwas am wasser tun ihre hände rein strecken ihre blutigen waffen rein tunken und xeran teilweise auch so ein bisschen verbergen der dann zufrieden nickt und aufsteht wieder sich einschließen dass von den legionären und nach außen geht die haben uns aber alle nicht wahrgenommen oder nein ihr die gehen wieder durch den haupt eingang raus ihr seid durch den seiten eingang und ja so dass sie euch nicht gesehen haben wartet noch wartet noch mich erwartet noch ein bisschen draußen sind blicke dann noch mal den nämlich über die wir sind über ihn ja neben ihnen ich will ihn nämlich noch ein stück nach vorne um sicher zu gehen dass keiner zurück bleibt ich höre ja dann nicht deshalb gehe ich einfach nach vorne wenn die rausgegangen sind um den krug zu holen ich starre ihm nur ungläubig hinterher und wünsche ihm bei fax alles gute ja wollte ich will mal eine sich verstecken probe schwert um sieben alles klar tritt an der brücke vorbei auf das innere der kug der dort steht neben dem brunnen auch wenn du den brunnen selber nicht brauchst sondern nur diesen fluss der dann hier entspringt und das werde ich nein gerade so nicht geschafft ja du hast ja moment ich könnte es gewandt hat acht wöcheln ja sowieso gegen die sinne schaffe gewürfelt der legionäre ja kommen ich gebe den chip aus und versucht gewandtheit zu unterwürfeln acht oder niedriger ja du bist gerade auf die mitte der brücke zugetreten neben den krug wollte sie gerade greifen da siehst du wie drei weitere legionäre aus dem inneren wieder nach ans wasser treten sie 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 haben nicht gesehen sie schauen dich direkt an aber du bist einfach nur stark du bist wie die erde braun unauffällig und neben dem krug neben dem brunnen scheinst du wohl zu verschmelzen ihr blick geht an ihr vorbei du hoffst einfach dass die zanz dich nicht bemerkt haben denn die die kinder die ihn wohl den körper leihen haben dich wohl nicht bemerkt sie tuken wieder ihre schwerter ihr ein ihre ihre hämmer die von blut besudelt sind und nach ungefähr zwei minuten wo ihr euer eigenes blut und bohren rauschen hören lassen könnt verschwinden sie dann wieder und treten nach draußen dann warte ich jetzt noch eine minute wenn dann nichts weiter passiert nehme ich den krug und geht zu der atmung zurück ich das war er weiß gar nicht was er sagen soll ja dann sieht aus als hast du gerade einen dreifachen rittberger vom dach gemacht wir geben den krug in die hand ihr seht dass lehrtmann die ähm den mund öffnet und schließt dann fällt voltags erst wieder ein dass er noch still ist und lässt dann erstmal den zauberfallen voltags ja was naja ich hab den krug geholt warum einer musste es tun voltags wenn wir alle sitzen und mit den armen wedeln bedeutet dies sitzen und mit den armen wedeln dachte ihr habt irgendwelche vögel naja dann könnt ihr jetzt von draußen eine magisch verstärkte stimme hören die von xeran erklingt ja dann ist hier die helden sie haben den oberst getötet fett 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 sehe scheiße wenn sie noch in die wisse und muss uns beheilen den tempel einseiten kommt er nimmt den krug tunkt ihn einmal ein das wasser und läuft dann wieder nach draußen in den park raffin deckt den jungen ich lege sie ran ab die andere bleibt am leben gut dann bleibe ich bei dieser holen ich denke ich bleibe bei dem kleinen und damit gerannt so schnell uns lehrt man es meine tragen okay diejenigen die lehrt man begleiten dürfen ja sowas wie schleichen und sich verstecken würfeln durch die bäume dieses mal erleichtert um drei denn ihr schlag durch durch die büsche durch die wälder alles ist irgendwie dunkel auch wenn jetzt die sonne aufgeht aber ihr versucht während lehrt man den krug ausschüttet immer mal wieder nach nimmt durch die quellen die dann hier über lang fließen zieht er wieder wohl einen weg der ehemals mit blut wohlgezogen wurde von vielleicht dankrat oder den legionären zumindest die entweihung des gesamten parks wird dann wohl ebenso mit dem blut nachverfolgen und dann spuren ziehen und ihr begleitet ihn versucht ihn abzuschirmen gleichen platzer können diese runde nicht mein schiff benutzen der gruppenaktion bei wem ist isa run in mir war nicht ich wollte eigentlich gerne bei lehrt man sein okay gut dann also ich würde auf jeden fall nicht mit das nur wichtig weil ich aber langsam bin und bin ich besonders unauffällig ja ich gucke mir gerade mal die helden gruppe an wie wir uns jetzt aufspalten wir haben ja unsere token hier steuerung c kopie ich uns kann noch mal in den park lehrt man läuft entlang isa run begleitet ihn mir begleitet ihn ja dann will zu xeran dann gehe ich mit jahren dann werde ich das tut mir sehr leid sobald wir draußen sind in dem mission hocken poltags das amt der schulter anpacken achtet hier ja ich komme ich holen ja ihr lauft noch draußen in einer warte warte er hat sich gerade als sehr irgendwie flex gesegnet herausgestellt von daher ich glaube nicht dass ich das hinterher frage und einfach mitkommen lassen was noch zu lamin bist du bei uns oder bei denen also ich hätte jalan jetzt nicht ganz allein gehen lassen aber dann wahrscheinlich mit lehrt man okay aber dann ist isa run ja bei uns dann benutzt doch meinen chip um neu zu würfeln weil jetzt schleich patzer ist vielleicht ungünstig ja ich würde gerne meinen eigenen benutzen ach so du hast nur eine perfekt das ist so gut das ist modifikate gelungen ja isa run du fast wie dass du gegen so einen balken geknallt der wohl gebrannt hätte kannst aber doch deinen kopf in der letzten aktion rumziehen und dann ja fast wäre sogar noch dann deine magier rober eingeklemmt als seine letzte balken nachgibt könnt ihr euch dann nach draußen schlagen folgt leertmann folgt dem bären rafim zu lamin folgt ihm einfach nur versucht ihn zu unterstützen könnt ihr noch felder sehen die da wohl ebenso blut getränkt sind und legionäre die daneben stehen auf den ersten blick auf dem feld rafim du überlegst noch kurz ob du in den sturmangriff gehst kannst aber sehen wie das wohl 15 stück sind 16 stück 17 du siehst wie sie weiter aus dem tempel strömen und irgendetwas sie haben als erstes gearbeitet jetzt sind sie wohl aber dabei auf xerans gewiss euch zu suchen gibt mir mal bitte alle in der wildnis leben probe um ich weiter zurecht zu finden währenddessen treten jalan und beutags ja aus den bischen heraus auf xerans noch nicht wirklich ganz kurz unterreden und die führen wir in den busch hoffen wir haben sich doch noch nicht nein also hier ist jetzt hier gerade irgendwo draußen am busch und du vermutest dass er wohl da eben stand zumindest habt ihr da gerade eben den oberst umgebracht aber du bist nicht wo es war tags kannst du dann träge ich war nicht ein magisches stolper sein oder so magisches stolper sein was hast du denn vor und wir brüllen ihn an werfen was an den kopf und dann rinden wir also du meinst etwas was die legionäre auffällt richtig ich glaube da habe ich noch was im stadt gut dann pass auf ich glaube da vorne ist er ich werde ein wenig vorgehen schauen ob ich ihn sehe dann mache ich noch was auch mal sagen und dann rennen wir wieder den tempel zurück ja und ich hoffe dass er sich hat aber den tempel zu hervorragend und dann halte ich bereit wenn wir dann kriege ich langsam weiter vorwärts bis ich sie ran finde also hier raus ins gebüsch auf die straße wenn ich immer was ich gar nicht sehe ich möchte ich möchte sehr spezifisch nicht an einem millionär gesehen werden bevor ich bevor ich mich sehen kann ja du siehst wieder auf der straße steht ungefähr die entfernung du würdest sagen 44 schritt es ist es viel es ist wirklich viel und neben ihm stehen aber auch fünf legionäre ich positioniere mich derweil beim tempel eingang an dem seiten eingang oder an dem haupt eingang naja durch den durch den xyran dann wahrscheinlich rein rennen möchte ja falls er rein rennen möchte zumindest steht er gerade neben dem oberst und schreit in die finsternis mit seinem allsam zorn du kannst die rot leuchtenden augen wie belheim geschenkt hat erkennen und auch die attrappe die an seinem gürtel baumelt eine gut gemachte attrappe eine fälschung von dem kryptorot splitter dem ihr ihm eigentlich abgenommen hat derweil iserun hechtet leert nun hinterher wird von einem gebüsch die die seite wird hier aufgeschnitten von irgendwelchen rosendorn und eventuell ist es ein zeichen von raya oder aber von der pervertierung die xyran hier gerade mit dem tempel gemacht hat aber die die rosendorn verhaken sich so sehr in zu lamin dass du gefangen bist du müsstest dich komplett rausreißen mit vielen viel viel wunden die da wohl gerissen werden aber die rosenranken ziehen dich zurück in das in das gebüsch die anderen haben es wohl noch gar nicht so mitbekommen während du einfach hängen bleibst du könntest um hilfe rufen dass sie dich befreien sonst rennen sie weiter also wie jetzt beide nee du du wirst du verletzt du bekommst nur ein wie sechs schadenspunkte im gesicht aber zu lamin wird dann eben durch die rosenranken zurückgerissen und müsste um hilfe schreien so mein chip haben also wenn du noch mal neu würfel willst du jetzt nicht uns alle umbringen wenn ich darf würfel ich das gerne noch mal neu eine gruppenaktion na gut der letzte schicksalspunkt und wir haben ein kurzes stilles gebet zu raya du kommst ein wie sechs schadenspunkte und raya lässt wohl ihre rosen zurück wahrscheinlich ist die pervertierung von xyran noch nicht wirklich vollführt so dass du sie abstreifen kannst nachdem sie dich blutig zerrissen haben ein opfer für die milde göttin für der fasara den fasara ritus der raya und du kannst ihn weiter hinterher rennen derweil er dann nimmt so weiter xyran sieht wer kommt raus stell dich ein letztes mal er weckt einen moment lang ab ob er sich an ihn heranschleichen und die niederdeutschen kann dann blickt er zur sonne hinauf und entscheidet sich dagegen jetzt ist der moment und trete ich auf die straße das ist immer noch nicht genug wenn man nahm soll dich holen feier soll dich schlagen und dann schmeiße ich ihm blitz dran entgegen ich verfluche dich ja wo wir dann den strahl nicht gut aber geschafft ja du bist zwar nicht im heiligtum von preios aber gut das ist sowieso kein heiligtum mehr ist es schon ein unheiligtum vielleicht aber ich bin mir sicher wir folgen dieser prophezeiung und ich helfe den anderen nicht zu erfüllen ich bin mir sicher dass ein göttlicher auftrag ist es egal ist mir ist die wirkung vollkommen du siehst wie aufschreit wohl geblendet und sich automatisch etwas auflöst du siehst wie ein medaillon von seiner haut in staub zerfällt vielleicht ein gegenartefakt zumindest kannst du sehen wie er sich aufspaltet und plötzlich neben ihm zwölf andere stehen beziehungsweise zwölf xerats aber davon kriegst du deine stadt auch nicht wieder komm und hol mich ich verstehe ich etwas herausfordernd irgendwie mitgezogen schmerz mittlerweile vermutlich auf der straße so 50 meter von ihm und warte und zwei momente auf die regionäre er deutet mit seinem blutigen finger worum er das blut jetzt herkommt vielleicht wie den pakt mit dem jenseitigen mordbrenner deutet er auf dich und du siehst und du hörst es vor allem auch wie jetzt überall aus dem gesamten park das heulen der legionäre an stimmt dann renne ich los und warum wir noch unter meine mate ich habe deine schuldigkeit getan jetzt hilft mir wo sind wir dann mittlerweile mit leertmann ja ihr seid weiter gerannt an den feldern vorbei und seid immer noch dabei den ganzen park einzusegen die müsste auf alle fälle noch mehr zeit raus wollen ihr könnt jetzt aber auf alle fälle sehen wie wohl noch zwei drei regionäre die direkt vor euch standen und die muss kurz anhalten die dann wohl aber auf den lauten krägigen ruf von xeran direkt in die mitte des tempels stören und euch vorbei ihr habt jetzt vielleicht nicht alle zeit der welt für jahlan aber zumindest die ablenkung hat funktioniert jetzt heißt es nur noch schnell genug sein athletik probe um lehrt man zu begleiten ich würde kurz lehrt man anhalten bei erhabenheit ich könnte die götter anrufen uns eine sichere insel zu schaffen wir uns zurückziehen können macht weiter wir müssen durch den jahr tut das wir müssen wir müssen durch den ganzen park auch mal hier wir machen das in staffeln diese rund lauf davor habe mir dahin jeder punkt einmal ich kann nicht mehr natürlich exzellenz damit bleibt bestehen neben zu namen die beginnt den schutzsegen zu wirken und ihr könnt los rennen staffel auf zählter sprint ja das war mal an einem abend heute ist ein glückstag ja volltags dein magen zieht sich zusammen du kannst das geschrei hören was aus den niederhöhlen aus mindestens drei dutzend kehlen sprengt zantimen blutgeruch der in der luft liegt und die kleinen blassen kinder die auf jahlan zu rennen ich weiß was er tut er gerade schon auf dem weg zu dir ist und einen hechtsprung durch die tempeltüren macht dann tocke ich einmal mit meinem stab auf den boden und löse die wand aus erz aus dabei würfel ich der flugheit infektion charisma es ist ein zauber und ich habe noch zwei zauber im stab das heißt was macht die wand aus erz ich lese einmal vor allerdings ist das die wand aus dornen weil das eine der elementarwände ist das einfach der zauber erschafft im sichtfeld des dioden eine wand aus sich windenden wachsenden und wieder vergehenden dornenranken also in dem fall nicht die wand hat eine höhe von etwa drei schritt und kann von dioden beliebig geformt werden entscheidend ist hierbei die länge der barriere ist sechs in dem fall also ich hab ja schon in meinem stadt drin die wand muss entweder auch fest im boden oder in ihrem eigenen element stehen es ist möglich die wand zu durchdringen indem man an einer stelle den fünf kampfrunden zfp stern mal zfp stern schadens punkte gegen einen rüstschutz von drei anrichtet in dem fall sind es 64 also 8 mal 8 es ist auch möglich sich ihn durchzuwinden was aber eine mutprobe erfordert macht bei einer wand aus erz keinen sinn weil man sich nicht durchwinden kann dafür macht sie aber auch keinen schaden an den regionären logischerweise genau die wand darf bei ihrer entstehung maximal sieben schritt vom dioden entfernt sein wie gesagt wir stehen im tempel eingang ist also kein problem maximale länge der wand beträgt sei der fein mal zwei schlusser die tür verschließen ja genau richtig zu lamin dann schutzsegen bitte und eine beschreibung was tust du wie sieht der schutzsegen aus weil du bekommst noch den wurf von mir kostet würfel auf einen wert von zwölf zum sechster schwert ich würde ihm gern glückssägen geben aber ich habe keine zeit gelingt aber auch ihr könnt dann beschreibung guter also wenn die legionäre jetzt alle sich von uns weg bewegen ich stelle mir vor dass das hier irgendeine heiligenstatue ist also wenn du damit gehst weil ich sie hinbewegt habe deine beschreibung gut dann läuft zulamin zu dieser heiligenstatue sagen wir mal dass das der heilige terbu oder so hinüber ja du guckst dir das schild an und als du um sie herum läufst um den kreishaus rosen zu ziehen kannst du tatsächlich sehen es ist die heilige lindegard